Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Angels of Death. Für mich persönlich ist die letzte Folge ganz schön lange her. Also ich habe die letzte, glaube ich, vor circa zwei Wochen aufgenommen vor meinem Urlaub. Also verzeiht, falls ich noch ein bisschen brauche, um wieder reinzukommen. Auf jeden Fall weiß ich, wir waren auf eine neue Ebene gelangt und wir mussten uns hier sowas wie Fahndungsfotos machen lassen. Zumindest hat das die, ja, körperlose Stimme von uns verlangt, die hier sich irgendwo rumtreiben müsste. Ich weiß aber nicht genau wo. Wo waren wir denn jetzt noch nicht gewesen? Hier ist die Tür versperrt. Die Tür ist versperrt. Hier geht es lang. Okay, hier waren wir noch nicht. Das kenne ich nämlich gar nicht. Da sind eine Reihe von Bildern an der Wand. Boah, was für eine billige Ausrede von Malen. Das ist ja eher so, als hätte jemand mit Scheiße an die Wand geschmiert. Was ist das? Ah, okay. Das Bild von jemandem, der in einem Stuhl sitzt. Das Bild von einer Art, ja, grünem Geschribbel. Von einem Gesicht, das Schmerzen leidet. Ich finde es recht auffällig, dass die Farben verschieden sind. Das hier ist schwarz, grün, rot. Oh, da wurde jemand von Spikes aufgespießt. Oh, das ist aber nicht gut. Das ist eine Spritze. Und das hier? Ja, ein lächelndes, eine lächelnde Frau. Das passt nicht so ganz in die Reihe, würde ich sagen. Außer das sind verschiedene Todesarten. Und das hier ist der Killer dieser Ebene. Willkommen. Oh, hast du die Bilder an der Wand gesehen? Oh, ich habe so wundervolle Strafen für euch vorbereitet. Ist das nicht wundervoll? Na, mit solchen Malfähigkeiten ist das einzig Wundervolle, wenn sie gelöscht werden. Wie grausam. Ich habe doch mein Herz und meine Seele hineingelegt. Aber genug davon. Viel wichtiger, ich gebe jedem von euch ein kleines bisschen die Wahl. Hä, was meinst du damit? Wusstet ihr denn nicht, dass Bestrafung in verschiedenste oder auf verschiedenste Arten und Weisen kommt? Wie hört sich denn ewige Gefangenschaft für dich an? Dort kannst du deine Tage für alle Ewigkeiten verbringen, indem du ganz produktiv über deine Sünden nachdenkst. Hm. Ja, solch schreckliche Strafe erwartet dich dort oben. Jedoch... Hinter diesen eisernen Stangen erwartet dich ein liebenswertes neues Leben, in dem du in ewiger Gefangenschaft verrottest. Hä, das ist doch das Gleiche. Also, was sagst du? Hä? Wer zur Hölle sollte so etwas tun wollen? Ach, wie schade. Ich wollte euch doch nur für den Rest eurer Leben bei mir behalten. Aber das Angebot steht noch, wenn du deine Meinung ändern solltest. Was? Denkst du wirklich, ich würde mein Leben einfach irgendeinem Idioten übergeben? Ewige Gefangenschaft. Der Tod würde uns wohl nicht schneller eilen, nicht wahr? Hey. Äh, ja, hör überhaupt nicht auf diese Bitch, okay? Tu einfach so, als würde sie gar nicht existieren. Wir sollten weitergehen. Okay, vielleicht meinte sie die ganze Zeit nur diesen Weg hier. Also, das ist quasi unsere Wahl. Sie hat uns nicht zwei Möglichkeiten zur Wahl gelassen, sondern nur gesagt, statt weiterzugehen, könnt ihr doch einfach für alle Ewigkeit hier gefangen bleiben. Dort führt ein Weg hinter dem Gitter weiter. Okay, aber ich kann da ja sowieso nicht lang. Von daher... Habe ich doch keine andere Wahl, oder? Ist das hier der erste Raum der Bestrafungen? Selbst wenn er es wäre. Wir haben keine andere Wahl, als weiterzugehen. Ah, war ja klar. Die Tür wurde versperrt. Oh Mann, hat denn jeder hier irgendwie einen Fetisch dafür, Türen zu verschließen, oder was? Ach, komm schon. Ja, wir haben ja keine Wahl, ne? Das hier sieht aus wie ein Kino. Ach so, ein elektrischer Stuhl. Hier sind so viele Stühle. Was sitzt denn da auf den Stühlen? Menschen? Puppen? Und dieser Stuhl in der Mitte? Hä? Oh Mann, noch ein Ort, der einfach verdammt nochmal keinen Sinn ergibt. Ah, warte. Ah? Okay, die Puppe sitzt so, dass sie zu dem Stuhl in der Mitte des Raumes blickt. Ich nehme an, das ist bei allen so. Was ist das hier noch? Schränke oder so? Da sind nur Reinigungswerkzeuge. Oh, ein Rack. Also ein Rack ist, glaube ich, so wie ein Putztuch. Moment. Also es ist ziemlich dreckig. Total dreckig. Damit kann man gar nichts sauber machen. Hm, aber vielleicht finden wir ja noch eine Verwendung dafür. Gut, dass ich mal reingeschaut hatte in den Schrank. Ich hatte gar nicht erwartet, dass da überhaupt was drin ist. Okay, da kommen wir nicht weiter. Das sind also alles Puppen, hm? Ja, scheint so. Jedenfalls. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir hier durchkommen. Okay. Nur um sicher zu gehen. Du solltest dich auch umschauen. Werde ich machen. Okay, das haben wir ja jetzt schon eingesammelt. Was ist das hier denn? So eine Art Maschine, aber sie funktioniert nicht. Und die nehme ich an, auch nicht. Das ist ein Stuhl mit Fesseln. Hier riecht etwas so, als würde es verbrennen. Okay, mehr können wir ja auch nicht machen. Wahrscheinlich mussten wir halt diesen Lappen finden, den ich jetzt sowieso gefunden hatte. Hast du irgendwas... Ach nee. Hast du irgendwas gefunden? Nun, hier ist eine Tür auf die andere Seite, aber eine Wand blockiert den Weg. Hä? Und du hast sie nicht zerstört, weil... Hä? Hör mal zu, du Punk. Diese Wand hier, die ist aus Eisen. Die kann ich nicht einfach kaputt hauen. Oh. Hast du denn nicht gesagt... Warst du nicht diejenige, die gesagt hat, dass man Eisen nicht einfach so zerstören kann? Achso, das war's. Oh, was habe ich gesagt? Was zur Hölle? Wieso sitzen hier eigentlich diese ganzen Puppen in den Stühlen? Ich bin mir nicht sicher. Außerdem sind sie voll hässlich. Sind sie das? Mann, du hast ja einen komischen Geschmack. Was waren da noch? Achso, kann ich nochmal talken? Hey, wenn du Zeit hast, mit mir zu reden, dann hast du auch Zeit, einen Weg hier rauszufinden. Bewegung. Es ist irgendwie anstrengend, so lange an einem Ort zu bleiben. Naja, du könntest dich ja auf einem der Stühle dort ausruhen. Was? Nein. Und diesen Puppen so eine Art Lapdance anbieten? Auf keinen Fall. Voll geil. Ähm, kommt noch was? Ähm, keines dieser Stockwerke macht auch nur den geringsten Sinn. Was meinst du damit? Naja, wo man auch hingeht, sind es einfach nur verrückte Fallen. Okay, und da ist leider der Text jetzt aus der Textbox raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gegend, in der du warst, nur eine versperrte Tür hatte, nicht wahr? Oh, stimmt. Ziemlich anders als hier, hm? Warum denkst du, ist das so? Ja, keine Ahnung. Ich hab halt nur da abgehangen, wo man mir befohlen hat, abzuhängen. Sogar diese verdammte verschlossene Tür hat mich mega genervt. Sie sollten mich einfach in Ruhe lassen, um zu jagen und zu töten. Was ist überhaupt das Problem von dieser Bitch? Dass sie einfach Türen verschließt und mit uns labert, wann immer sie Lust hat. Ich glaube, dass sie durch die Sicherheitskameras alle unsere Bewegungen beobachtet. Äh? Ich hoffe, das ist ein Scherz. Das ist ja voll gruselig. Hast du sie nicht gesehen? Wie sollte ich denn? Es ist ja nicht so, als könnte ich auf magische Art und Weise in Verbindung zu ihr treten, durch einen Bildschirm oder so. Außerdem ist es voll langweilig, Leute zu beobachten. Das ist nicht so meine Sache. Selbst wenn diese Eisenbarren, also diese Eisenstangen, nicht zerstörbar sind, äh, ja, ist das eigentlich ziemlich praktisch, die Sachen zu zerstören. Das ist dann schnell erledigt, richtig? Jetzt geht das wieder los. Ach, hör auf rumzuheulen. Wenn du mich mal brauchst, um irgendwas zu zerstören, weißt du, wo du mich finden kannst. Ja, wenn ich mal was brauche, was zerstört werden muss, dann, ähm, werde ich es dich wissen lassen. Ist doch sehr praktisch. Er zerstört halt gerne. So, also hier war jetzt leider nichts weiter. Vielleicht ist bei einer der Puppen was. Hier, tatsächlich. Dieser Raum sieht so aus, als würde er etwas verstecken, aber alles scheint fest zu sein und gibt nicht nach. Und auch all diese Puppen sind regungslos. Vielleicht sollte ich Zack das wissen lassen. Er wird darüber aber nicht erfreut sein. Aber er wird es schon, ja, er wird es schon, er wird schon drüber hinweg kommen. Hast du was gefunden? Ähm. Hä? Hast du dich überhaupt umgeschaut? Ähm. Ähm. Also, du hast keine Ahnung, wie es rausgeht, hä? Ja, was das betrifft. Verdammt. Was ist denn? Hä? Äh, okay, ich gehe mal zu ihm. Hey, bist du dir sicher, hier ist nichts? Nein, nicht sicher. Aber was ich weiß, ist, dass ich noch irgendeinen Hinweis finden muss. Ah, hör auf mich zu verscheißern. Wenn es hier nichts gibt, wie wäre es dann, wenn ich einfach anfange, alles zu zerstören, kaputt zu hauen, hä? Wäre das nicht viel schneller? Aber es gibt keinen Hinweis, dass das etwas bringen würde. Hä? Kein Hinweis? Es gibt keinen Hinweis, dass ich nicht die Sachen zerstören kann? Ähm. Könntest du ganz kurz noch warten? Oh Mann, ich bin so angepisst. Oh Mann, ich bin so angepisst. Nein! Nicht dahin setzen. Kein Weg nach vorne, kein Weg zurück. Oh Mann, dieser Scheiß ist so anstrengend. Hey, also, ich würde mich nicht in diesen Stuhl setzen, wenn ich du wäre. Hä? Ach, lass gut sein. Hm, ich habe kein gutes Gefühl. Ich speichere mal ganz kurz. Also, ich würde aus dem Stuhl raus, wenn ich du wäre. Oh, was ist denn los? Konntest du hier nichts finden, oder was? Aber dieser Stuhl... Hä? Was ist denn mit diesem Stuhl? Naja, der ist wahrscheinlich für Hinrichtungen gedacht als elektrischer Stuhl. Oh! Oh, was zur Hölle? Ray, steh dich da so rum. Tu etwas. Okay, eine Sekunde. Ein Bildschirm. Oh, oh. Da ist der Killer. Hallöchen. Tut mir leid, dass ich nicht persönlich da sein kann. Ich verurteile die Schuldigen auf diesem Stockwerk. Vergesst das nicht. Ich bin die letzte Sache, die ihr sehen werdet. Kathy. Nun, mein sündenvolles Duo. Habt ihr Spaß? Ach du meine Güte. Zack hat sich in diesen Stuhl gesetzt, hä? Shit. Hey du Bitch. Hol mich sofort aus diesem Ding raus. Oh, ich fürchte, das wird nicht geschehen. Welche Art von Hinrichter... Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf. Hinrichter lässt seine Gefangenen denn wieder frei. Zack, mein Junge. Ach, ich werde ganz aufgeregt, wenn ich daran denke, zu sehen, wie ein Monster wie du sich meinen Strafen entzieht. Oh nein. Oh Gott. Das ist mal gar nicht gut. Oh nein. Er kann das doch gar nicht überlebt haben, oder? Wieso? Was ist denn, Zack? Was ist los? Das tut weh, du Bitch. Unglaublich. Dein Lebenswille ist so stark. Ein wundervolles, mordendes Monster. Ach, du bist einfach das perfekte Untersuchungsobjekt eines Sünders. Halt die Klappe. Lass mich hier raus, damit ich... Dein... Das... Das Lächeln auf deinem Gesicht wegwischen kann. Rrrr. Tja. Ich werde den elektrischen Stuhl mal anlassen, damit eine Menge wunderschöner Volt durch deinen Körper fahren. In der Zwischenzeit kann Rachel Gardner ja nach einer Möglichkeit suchen, ihn zu deaktivieren. Wenn du Glück hast, dann, wer weiß, lasse ich euch vielleicht sogar beide hier durch. Hör auf damit. Er wird nicht überleben. Oh, nun hallo, mein Kind. Interessiert es dich nicht auch, zu erfahren, was für ein monströser Sünder dieser Zack ist? Außerdem... Glaubst du wirklich, ein Sünder hätte hier irgendwelches Mitspracherecht? Also dann, beginnen wir mit der Bestrafung. Ladies and Gentlemen. Jetzt bewegen sie sich. Oh, genießen sie, wie dieser Sünder Schmerzen leidet. Hey, Ray. Du weißt, was du tun musst, oder? Du musst es tun. Oder... Ich kann... mein Versprechen nicht einhalten. Vermassel es nicht. Beweise, dass du nützlich bist. Aber... Lass mich dieses sadistische Miststück ermorden. Oh. Okay, ich werde tun, was ich kann. Hm. Das Starren der Zuschauerschaft auf den Sünder, so ungefähr. Ja, dieser Blick ist das Glück des Untergangs des Sünders. Hier treffen die Augen der Zuschauer auf die Strafe. Alles klar. Nun möge der Spaß beginnen. Was muss ich denn machen? Und wieso durfte ich speichern? Die Augen der Zuschauer. Bedeutet das, diese Puppen sind die Zuschauer? Hm, was soll ich tun? Manche bewegen sich nicht. Genau, der bewegt sich nicht. Der Kopf ist herunter... Also, liegt auf dem... Ah, auf der Brust sozusagen. Diese Puppe bewegt sich nicht. Willst du denn nicht nach vorne gucken? Ah, okay. Ich probiere das mal. Auch da hängt der Kopf. Ah, schnell! Und da noch? Genau. Hat das was gebracht? Ah, okay. Hey, der Strom wird schwächer. Das schaue ich mir mal an. Okay, ein bisschen schwächer ist es geworden. Zack, wie geht es? Wie ist es... Wie es geht? Ich muss noch irgendetwas schaffen. Vielleicht müssen noch mehr Puppen wegschauen. Okay. Hier ist alles festgemacht und es scheint nicht beweglich zu sein. Wartet mal. Aber das hier bewegt sich anders. Ah, okay. Super. Oh, ich habe den Kopf einfach mal so umgedreht. Äh, vielleicht das hier noch? Und hier würde ich sagen, bewegt sich das hier auch anders. Ah, ne, doch nicht. Vielleicht die beiden? Oh, das ist so eklig, ey. Dann aber das hier auch noch. Heiß! Heiß! Au! Uh, 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 uh. Halte durch. Und der hier auf jeden Fall. Ist es noch schwächer geworden? Ich wusste es. Es wird noch schwächer. Aber wie kann ich dafür sorgen, dass auch der Rest der Puppen wegschaut? Wenn ich doch nur bewirken könnte, dass die Köpfe der Puppen sich bewegen. Jetzt wo ich darüber nachdenke. Hatte Zack nicht eine Sichel? Oder dieses andere. Äh, ich komme immer durcheinander mit Sichel und dem anderen Werkzeug. Nicht besser, Zack? Ah, ah, ah. Willst du mich verarschen? Kannst du mir vielleicht eine Sichel rüberschmeißen? Äh. Hier rüberschmeißen. Ich brauche sie für etwas. Verdammt nochmal. Okay. Jetzt tu etwas. Du weißt genau, was passiert, wenn ich sterbe, nicht wahr? Ich komme nicht ran. Ich kann mich nicht bewegen. Du musst das jetzt schaffen. Wenn du stirbst, dann ist alle Hoffnung für mich verloren. Das kann ich nicht zulassen. Oh, ich werde dich töten, dich töten, dich töten, dich töten. Wen töten? Halt die Klappe. Antworte mir nicht. Jetzt beeil dich und rette mich. Oh Mann, sie liegt auf der anderen Seite. Es ist heiß. Ich kann es nicht direkt anfassen. Ah, 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 ah. Okay. Ja, genau. Mit diesem Lappen. Super cool. So, wir haben die Sichel. Wow, die ist ja schwer. Okay, wahrscheinlich bin ich nicht... Ja, werde ich nicht so sauber arbeiten wie Zack. Aber ich gebe mein Bestes. Ugh. Okay, los. Kopf ab. Jetzt machen wir das noch mit allen, die übrig sind, würde ich sagen. Sind ja einige. Weiß gar nicht... Ach so, die läuft so langsam, weil der Kopf so schwer ist. Äh, äh, Quatsch, die Sichel. Ich glaube, es heißt nicht Sichel. Sichel ist, glaube ich, das Kleine. Und ich nehme doch mal an, das... Scheiße! Du kannst so laut sein, wie du willst. Sprich mit mir, wenn du noch am Leben bist. Mann, du bist so egoistisch. Weißt du denn nicht, dass ich hier drüben gerade am sterben bin? Ah, es freut mich zu wissen, dass es dir gut geht. Ja, solange er noch schreien kann, ist wohl alles in Ordnung. Und sich beschweren kann vor allem. So, hier noch. Okay, und noch zwei. Komm schon! Ach. Fast geschafft. So. Jetzt müsste er eigentlich gerettet sein. Ich glaube, das Geräusch wird auch wirklich immer leiser von diesen elektrischen Stromstößen. Das war, glaube ich, doppelt gemoppelt elektrische Stromstöße. Es hat aufgehört, ob es Zack gut geht? Oh, die Tür ist offen. Zack, geht es dir gut? Zack? Hey. Was zur Hölle? Wieso hast du so lange gebraucht? Ein wenig länger und ein Tropfen meiner Pisse hätte die Welt tausend Jahre zum Laufen bringen können. Du bist also am Leben. Ding, 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 ding. Ja, richtig. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was ich hätte tun sollen, wenn du gestorben wärst. Ach, Dummerchen. Als ob ich so einfach sterben würde. Unglaublich. Die ist ja mal mega nervig, diese Böse hier auf der Ebene. Cassie, ne, glaube ich? Einfach unglaublich. Er hat überlebt. Ich wusste es. Die, das Durchhaltevermögen mörderischer Monster. Das macht sie ja so spannend. Ach, was für ein hervorragendes und perfektes Untersuchungsobjekt du bist, Zack. Um die Wahrheit zu sagen. Ich hatte gehofft, Zeugin zu werden, wie das Leben deinen Körper verlässt. Aber zu sehen, äh... Aber da ich gesehen habe, wie hart sie gearbeitet hat, das hat mich doch überzeugt, diesmal nett zu sein. Ihr dürft weitergehen. Außerdem... Bestrafung für Sünden ist keine einmalige Sache. Schließlich muss man so oft bestraft werden, wie man Sünden begangen hat. Ist das nicht wundervoll? Na, mit der werden wir ja noch viel Spaß haben. Danke. Du sadistische Bitch. Oh, und dieser bescheuerte Lacher, der pisst mich auch an, ey. Wenn du dich nicht sicher hinter diesem Monitor verstecken könntest, hätte ich dich schon zerschlitzt oder aufgeschlitzt. Hey, gib mir das zurück. Okay. Was zur... Was zur Hölle ist das? Da ist ja überall Dreck dran. Naja, ich habe sie benutzt, um die Köpfe der Puppen abzuschneiden. Was hast du... Bist du etwa so eine Art puppenkillender Psychopath? Was zur Hölle hast du da getrieben? Nun, es schien, dass der Mechanismus etwas mit dem Blick der Puppen zu tun hatte. Und deswegen habe ich dafür gesorgt, dass sie nicht mehr in deine Richtung blickten. Okay, du benutzt meine Sichel also für echt seltsamen Scheiß. Und dann verwandle ich mich auch noch in einen elektrischen Aal. Ne, der heißt Strom-Aal? Elektronischen Aal? Naja, in einen unter Strom stehenden Aal. Eine Sache nach der anderen. Naja, zur Hälfte ist es deine Schuld. Halt die Klappe, du musst vorsichtiger sein. Lass uns gehen. Nein, es stimmt schon. Es ist hauptsächlich Zags schuld gewesen, weil er sich da hingesetzt hat. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Angels of Death wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.